Was macht ihr? Was macht ihr? Was macht ihr? Was macht ihr? Alle letzten Dach waren auf dem Markt Ah, da spielt einer Die andere alte? Die andere alte? Ja Suffer Ja, girls wollt einen blonderen Ja, dauernden Oh jetzt sind wir hier an der los und jetzt kommt der Wind das ist einfach abgekehrt das macht es leider mal fach! fach! Dann gehen wir auf den Strich, hier auf den Strich laufen, Beleuchtung, hier gibt es Süßigkeiten. Das ist viel los. Na klar, kann man jetzt den Weihnachtsmarkt nicht genau angucken. Vielleicht wollen sie es gar nicht vermeiden, ist es okay, aber von nahem ist es nicht okay. Da könnt ihr ja ihre Kunstwerker sehen oder was sie da präsentieren oder verkaufen, könnt ihr ja eine abgefahren. Das müssen dergsam, dass welchen nicht so rar werden. Dann das Kinderwesenrad. Und da kommen wir um drei wieder. Das wird zu voll. Teile von der Krippe. Verkaufen. Das ist der Tag der letzten Weihnachtsmarktes. Heute ist der 23. Dezember. Das war der letzte Tag der Weihnachtsmarkt. Der geht heute bis 20.30 Uhr und dann ist es vorbei. Okay. Du kannst zwar den Zettel gereistigen. Das muss alles sagen. So. Gut. Gestern war voll starker Wind. Komm, was kommt laufen hier? Hakenkinder. Heute geht das. Schmuck. Hier geht's Essen. Hier gibt's Schneebälle. Gepäck. weg Ich denke, wir sind wieder in Vorurzumagen. Das war auf den Weihnachtsmackt. Das letzte Mal auf dem Weihnachtsmackt für dieses Jahr. Oh ja, das ist gut. 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 Glühwein. Schau, da ist die Krippe. Ah, heiße Maron. Oh. 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 Hier ist es echt kurz. Okay, der Wohlfahrt ist auch hier. Von Rodenbrock. Beim Weihnachtsmackt. Ja, da ist es wieder zu voll. Na, da ist es wieder zu voll. Na, da ist jetzt schon voll. Schmuck. Da muss dann die Käthe Wohlfahrt sein. Ja, ich hab die nochmal angeklickt. Was für ein Wohlfahrt? Ah, da ist die Käthe Wohlfahrt. Käthe Wohlfahrt. Die Käthe Wohlfahrt. Die Käthe Wohlfahrt. Ach, waren Sie jetzt in New York. Oh, voll. Das ist Knöcker. Das ist Knöcker. Mama. Mama. Und dann wieder rechts. Und jetzt wieder rechts, genau. Und dann wieder rechts. Und dann wieder rechts. Wie ist es? Schön ist es hier. Schön ist es hier. Ja. 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 Okay, das ist so voll. Weihnachten ist sehr schön, wunderschön, sehr schön, schön hier, wunderschön, schön hier, sehr schön, jetzt kann man die wunderschöne Schusterkasse, mit der oben schönen Figuren. Ja, es ist nur zu Ostern und Weihnachtsheil. Weihnachtsheil, Weihnachtsheil, mit diesen Märchen aus dem Krim, mit diesen Figuren, ich werde die Leute jetzt nicht wissen. Tschüss. Die Schusterkasse. Alle Jahre wieder das Gleiche. Die Schusterkasse. Das ist schon immer wieder. Das ist die Hilfe. Das ist alles. Und jetzt, gehen wir mal. Hey, weh der Magdai! Nach jetzt die Kammerl aus. Da geh ich ganz hinter. Ungeschafft. Oh Gott. Die waren wieder auf einmal oder so? Ja, das war auch klar. Das war auch noch. Ja, das ist doch was. Hast du ja nichts mitgenommen oder so? Das hätte nur dein Geschenk. Ja, hast du nicht. Ja, ich hätte nicht reingefasst. Das Ding ist meine Waren. Das war ein Klamassel. Ja. Keine Ahnung, ich wollte halt keinen Koffer mitnehmen. Ja, das wäre so ein Riesen-Ding. Ist okay. Und ich habe heute mein Weihnachtsgeschenk bekommen von meiner Mama. Die Jägermeister. Aber sie hat gesagt, ich darf sie nicht mitnehmen. Ja. Das ist einfach. Ja. Und ich habe das Jägermeister-Klamassel. Ja, ja. Das haben wir probiert. Ja. Ja, und hat noch Ja. 6 Grad. Das war's.